So, hallo, ich bin die Sonja aus Hamburg und bei mir gibt es die besten Fischbrötchen, die ihr jemals gegessen habt. Wir sind in Hamburg schon in dritter Generation am Fischbrötchen verkaufen und jetzt hier in Stuttgart seit 31 Jahren. Bei mir gibt es so ungefähr 25 verschiedene Sorten Fischbrötchen und das sind wirklich die besten der Welt. Wenn ihr die einmal probiert habt, dann könnt ihr gar nicht mehr ohne, so wie ich. Ich kann die morgens um drei auf dem Hamburger Fischmarkt essen, ich kann die hier um zehn zum Frühstück essen oder mittags oder abends, ist egal, geht immer.